so hallo herzlich willkommen ja ich habe heute noch 32 punkte auf mein leben da sozusagen 32 lebenspunkte ich bin gerade so einen kleinen felsen runtergefallen und also nicht so ein hier ja und das hat mir halt ein bisschen leben abgezogen aber nur gut ich wollte nur so ein bisschen durch die gegend wandern ich war ja letztes mal hier oben noch wieder und alles das der bauernhof keine ahnung wo die waffe sein soll und ja es wahrscheinlich wohl hier irgendwie was gefunden zu haben antennen signal okay das war eben noch nicht da mal gucken was hier so ist mörden es auch auch mal gucken ob ich da vielleicht ins haus rein kann oder so und die scander wieder was vor sich hin standard ist die hilfe und noch eins ja war ja was ist das hier rote bete mit käse oder sowas ach guck mal fernseher der geht also einer der an ist der erste sonst war die anderen immer voll schnee und sowas tja erkennt es nicht mehr testbild also gut gebäude die kennt kein testbild aber halleluja ja aber hier ist nix bücher 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 und so weiter ne da ist auch nix hinter bilder bilder schöne küche ist hier ein spruch an der wand nein hier mal nicht hier ist ja gar nix okay gut ich äh hab nichts gesagt einmal schön hier money nochmal money und nochmal money alter ein yam yam make up naja gut um guck mal der typ läuft da hinten rum hier ist nix hier muss ich gucken ich habe einmal so ein ding wieder gefunden beim rumlaufen so ich habe hier fünf mal standard immerhin und das andere 38 donnerwetter Prozent ich war das erst mal hallo hier du heini dann steht er da und wartet ok dann mache ich dich ja so fertig ok dieses gewehr ist verdammt langsam und ja dann doch nicht so schön die pump kann man mal besser dann nehme ich das hier war einmal Jagdgewehr jetzt habe ich zweimal dasselbe ich habe zwar selber ausgerüstet da nehme ich mal die pump kann hier so da haben wir die vogeltunst munition ok das ist die mäuse so hier habe ich die ok alles klar auch jetzt regnet es auch noch wieder so dann geht noch kurz hier rein gucke ich hier noch mal hier sind aber Türen offen so na doch ist doch was da hier gibt es dann auch wieder zweimal yummy yummy so immer mitnehmen wenn ich später mal gegen großen irgendwo freier fläche und so kämpfen muss dann habe ich gleich was zum auftanken zum essen und so so dann glaube ich mal im dunkeln in die richtung hier es ist richtig dunkel ähm warte mal Moment 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 Mördness ne ich glaube man muss das wohl die Gegner erst alle weg haben dann kann man dann schnell reiten machen so geht es nicht ja ok mal gucken wenn der weg ist und so ob man dann da schnell hinreiten kann Moment ist das ein großes Vieh ok ok äh dann ist auch gar nicht irgendwie rumtrampeln oder so ähm wenn ich wüsste wo hier die Waffe ist ich weiß es nicht ja genau ich seh doch hier kaum was ähm ich seh doch hier kaum was ähm 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 ok und 32 das macht eben der hätte aber einiges auch so ja 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 ne diesmal nicht dunkel kann ich kaum was sehen und regent und noch weniger und bist du denn jetzt kann man auch bleiben hallo wer ist denn da da komme ich nicht weiter durch hallo ne der trifft auch so ob ich hinter der mauer bin der kann aber echt einiges aushalten was ich bei dem von da rein geballert hat nein gut ich muss aus dem spiel raus und da wieder rein denn wenn wir neue sachen da so pass auf jetzt krieg ich auch noch was ab moni plastik hat er ok ich brauche ein bisschen plastik das ist gut so donnawella du missvieh haha ähm so das war das ähm so wo muss ich jetzt mein platz äh moment das ist hier ne der bauernhof das andere war da unten mertness ähm wir noch in die richtung da kommt boah hier bin ich doch lieber unterwegs wenn es am besten hell ist haha wird nicht so dunkel oder auch noch ohne regen ach man es wird doch alles so nass hier die ganzen klammern meine waffen huch äh kann ich ehrlich anmachen aber da würden die roboter mich ja schon von weiten sehen denke ich mal sagen wir mal wo bin ich denn jetzt ungefähr da bin ich naja so weit ist es nicht mehr aber wenn da eine Maschine ist muss ich die ja weg haben oh wer im Wasser ha ich bin hier drin Hier oben ist Okay, hier waren die Dinge Bam 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 Hallo Donnerwetter, so dumm wie hier Hi Wo denn? Ich bin nicht aus Kampf geflogen, ich suche ihn doch Da ist der kleine Ahhhh, das war vorbei Jetzt aber nicht Ein bisschen Muni, ein bisschen Stahl Okay Kampf gewonnen, ja Aber irgendeiner ist ja noch Hinten ist ein Boot Vielleicht kann da ja was drin sein Hm, näh Nix drin, schau dir Vielleicht ist hier was Hm Na gut, da mach ich mir gleich mal ein paar Pricadeen warm In der Pfanne Hab ein bisschen Hunger Ich hab das jetzt bei mir 16 Uhr 25 Immerhin Heute am 5. September Und es ist Samstag Samstag So Ähm Ja Im Moment ist nichts hier wie es aussieht Ähm Nix 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 Ist doch toll So Hm Hm Nein, da ist kein Sand drin Okidoki Ähm Hallo So Gut Ähm Ja Dann will ich sagen, war's das jetzt einmal vor heute Und dann geht's nächstes Mal weiter hier Hm Irgendwo Jetzt bin ich hier Ähm Und da unten ist irgendwie eine Antenne Die kann ich ja nächstes Mal besuchen Mal sehen Da macht's erstmal gut Ich hab irgendwie einen aktiven Revan aber Was ist das für einer? Ja Der ist Ähm Die Antenne muss irgendwo in die Richtung sein Gut Dann wird's erstmal gut Bis nächstes Mal vielleicht dann von etwas heller Und dann sage ich Bis dahin Bye Bye zköve Girls Dassel brin lection Untertitelung des ZDF, 2020